Im Oktober ist Hochsaison für Hexen, Gespenster, Geister und alle, die sich gerne gruseln, denn am 31. Oktober ist Halloween. Ursprünglich, vor hunderten von Jahren, war Halloween ein Herbstfest der Druiden im alten England. Es sei die einzige Nacht des Jahres, so glaubten die Menschen damals, in der Hexen und Geister leibhaftig auf der Erde herumspukten. Fast jedes Kind weiß, dass Halloween etwas mit Gespenstern, Hexen und Verkleiden zu tun hat, aber kaum jemand hat eine Ahnung, was es mit dem Fest Halloween nun wirklich auf sich hat. Schon vor über 2000 Jahren feierten die Kelten im alten England heute sagen wir Großbritannien dazu zum Ende des Sommers ein großes Fest, damals hieß es noch Samhain. Der 31. Oktober war bei den Kelten der letzte Tag des Jahres, denn sie hatten einen anderen Kalender als wir heute. Der Sommer wurde mit großen Feuern verabschiedet und gleichzeitig der Winter begrüßt. Die Menschen bedankten sich bei ihrem Sonnengurt mit Namen Samhain für die Ernte, die sie in der warmen Jahreszeit eingebracht hatten und gedachten an diesem Tag auch der Seelen der Verstorbenen. Der Sonnengurt wurde nun, zu Beginn der dunklen Winterzeit von dem keltischen Gott der Toten, abgelöst. Die Kelten glaubten fest daran, dass die Seelen der Verstorbenen in der Nacht vom 31. Oktober als Geister auf die Erde zurückkommen, um in ihre Häuser zurückzukehren. Aber was war mit den Geistern und heimatlosen Seelen, die trotz der großen Feuer, die am Wegesrand entfacht wurden, den Weg nicht fanden und verzweifelt umherirrten? Von ihnen war nichts Gutes zu erwarten, sie spukten durch die Nacht, erschreckten friedliche Menschen und trieben ihr Unwesen mit ihnen. Einige Jahrhunderte später, ungefähr 800 Jahre nach Christus, ernannte der Papst den 1. November, also den Tag nach dem 31. Oktober, zum Feiertag aller Heiligen, an dem der christlichen Märtyrer gedacht wurde. Aus dem Samhainfest wurde im Laufe der Zeit, das Fest am Vorabend zu Allerheiligen, und das heißt auf Englisch, All Hallos Evening oder abgekürzt, Hallos Ehen. Inzwischen sagen wir Halloween. Obwohl das Samhainfest schon so lange her ist, verkleiden sich die Kinder heute noch als gruselige Gestalten, wie Gespenster, Hexen, Zauberer oder Vampire, um Geister abzuschrecken. Und das ist auch gut so, denn wer weiß denn schon genau, ob die Kelten im alten England nicht doch recht hatten.